Die Firmen-TV-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Seit Jahrzehnten heißt es im Rems-Murr-Kreis keine Feier ohne Feierer. Der allseits beliebte und bestensortierte Getränkemarkt hat schon auf vielen Veranstaltungen den Durst zu einem Fremden gemacht. Manfred Feierer und sein Team verstehen es stets, nach einer ausführlichen Beratung für jedes Event das passende Getränkeangebot zusammenzustellen. In der Auswahl des sympathischen Betriebs findet sich alles, was durstige Kehlen begehren. Ob erlesene Weine, süffiges Bier, ausgesuchte Spirituosen oder leckere Säfte, Limonaden und Wasser. Für jeden Geschmack gibt's das Richtige. Vor allem, wenn es um nationale und internationale Weine mit Schwerpunkt aus Baden-Württemberg und deren Verkostung geht, pilgert man gerne von weit her, um die edlen Tropfen zu genießen. Getränke Feierer in Winnenden. Spitzenprodukte und erstklassiger Service.